Bei uns wurde am Notruf 122 ein Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen gemeldet. Es waren drei Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Wien vor Ort. Es hat sich dann herausgestellt, dass es einen schweren Verkehrsunfall mit einem BKW gegeben hat, wo fünf Personen entwinnen waren. Glücklicherweise konnten alle Personen bereits vor Ankunft der Feuerwehr mit Hilfe von Passanten aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurden dann durch den Rettungsdienst vor Ort betreut. Die Feuerwehr hat dann das stark beschädigte Fahrzeugtrakt gesichert und nach der Unfallaufnahme dann von der Einsatzstelle entfernt. Alle fünf Personen sind schwer verletzt worden und sind in unterschiedliche Spitäler transportiert worden.